Wichtige Aktion, Müller packt bei der Tafel an. Ticker Bayern Tag, FCB Inside liefert hier einen kompakten Überblick über das Geschehen beim FC Bayern. Die wichtigsten News, Informationen und Transfergerüchte des Tages zum Rekordmeister. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen im Kommentarbereich zu diskutieren. Montag, 27. Mai, auf geht's. Plus Schlüssel Aktion, Müller reicht dem Vorstand unter die Arme plus Thomas Müller half am Rande des DFB-Trainingslagers zusammen mit dem Stuttgarter Profi Chris Ferrich bei der Lebensmittelausgabe in der Tafel Blankenhain bei der Lebensmittelverteilung an Bedürftige. Anschließend gaben die beiden Nationalspieler Autogramme für rund 150 Fans, darunter viele Kinder. Laut Bild plant der DFB diese Woche mehrere soziale Aktivitäten rund um das Trainingslager. Um den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Fans vor dem Turnier kennenzulernen. Plus Bayern steht dank Kospani in Maaßen jetzt auf der Pole-Position plus mit dem neuen Trainer Vincent Kospani kann der FC Bayern seine Mannschaftsplanung für die nächste Saison endlich vorantreiben. Als Linksverteidiger sollte er ein Auge auf BVB-Star in Maaßen haben. Klicken Sie hier für den Artikel. Plus Abschied aus Leverkusen im Sommer? Die Aussage von Wirtz wird sie aufhorchen lassen plus die Zukunft von Florian Wirtz bei Bayer 04 Leverkusen ist derzeit sehr offen. Mehrere Top-Klubs sollen Interesse am Shootingstar der Werkself haben. Darüber hinaus gibt es derzeit Aussagen, die seinen Verbleib beim neuen deutschen Meister nicht vollständig bestätigen. Informationen finden Sie hier. Plus das richtige Profil. Lamm lobt Bayern Entscheidung für Kospani plus nach einer monatelangen Suche mit vielen negativen Reaktionen hat der FC Bayern einen neuen Trainer gefunden. Vincent Kospani wird neuer Trainer der Bayern und wechselt von Premier League-Absteiger FC Burnley an die Säbener Straße. Nun hat sich Bayern-Legende Philipp Lahm zu Wort gemeldet und die Leistungen von Rekordmeister Kospani gelobt. Seine Stellungnahme können Sie hier lesen. Plus Everton nimmt Onana zur Transferliste auf, werden die Bayern angreifen? Plus es kursierten bereits Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Amadou Onana zum FC Bayern München. Eine Chance scheint sich zu ergeben, denn Everton FC hat den Mittelfeldspieler auf seine Transferliste gesetzt. Die Hintergründe erfahren Sie hier. Plus vor Mbappe, Kani gewinnt den goldenen Schuh als bester Torschützer Europas. Plus in der vergangenen Saison scheiterte der FC Bayern zum ersten Mal seit der Saison 2011 und 12 am Titelgewinn. Das ist besonders bittersüß für den rekordverdächtigen Neuling Harry Kane, der in seiner Karriere mit dem Team noch keinen großen Pokal gewonnen hat. Persönlich hat der britische Spieler erneut große Erfolge erzielt. Den Artikel können Sie hier lesen. Dass dem FC Bayern im Sommer Veränderungen bevorstehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Es ist klar geworden, auf welchen Positionen der FC Bayern Verstärkung sucht. Erfahren Sie mehr, der Schalkeleu-Spieler Darko Sholinov spielte bei Vincent Kospanis FC Burnley keine Rolle. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch als Trainer. Lobt den nächsten Bayern-Trainer aber trotzdem sehr. Er arbeitet immer auf höchstem Niveau und versucht in jedem Spiel und in jeder Trainingseinheit das Beste aus seinen Spielern herauszuholen, berichtete Sholinov bei Sky. Der nordmesternische Spieler prognostiziert, er wird bei seinem nächsten Ziel sehr gut abschneiden. Julian Nagelsmann muss zum Auftakt seiner EM-Vorbereitung auf Manuel Neuer verzichten. Eine Turnierteilnahme ist für den Bayern-Keeper jedoch nicht gefährlich. Er dürfte bald wieder der Nationalmannschaft beitreten können. Hier ist die Information.